Hi Leute, in diesem Schreibtagebuch zu Black Forest Witch geht es um das Thema Worldbuilding. Wir sind jetzt hier im Schlossgarten in Karlsruhe. Ich denke, das ist eine ganz gute Location, um die Natur darzustellen um mich herum. Wir haben, wenn wir eine Geschichte schreiben, nicht nur eine Figur oder Figuren in der Isolation, sondern die Figuren befinden sich in einem bestimmten Umfeld, in einer Umwelt, in einer Serien- oder in einer Filmwelt. Und diese Welt gilt es zu gestalten. Der erste Punkt ist, was macht die Figur mit ihrer Umwelt und was macht die Umwelt mit ihrer Figur? Denn, wie ich gesagt habe, die Figuren sind nicht isoliert von der Welt, in der sie leben, sondern das ist immer auch ein Spiegel zueinander. Der zweite Punkt ist, alles, was ihr aufschreibt, alles, was ihr vorbereitet, das sollte auch seinen Weg in die Geschichte hineinfinden. Denn das ist wie bei Biografien. Wenn ihr eine Biografie für eine Figur euch ausdenkt, zum Beispiel hat eure Figur vor 30 Jahren mal das Bein gebrochen, dann sollte dieser Beinbruch auch irgendwie eine Bedeutung für die Geschichte haben, die ihr da erzählt. Und so ist es mit dem Worldbuilding auch. Wenn ihr zum Beispiel euch eine Sprache ausdenkt oder eine Religion oder was auch immer, dann sollte die eine Bedeutung, eine Tragweite für die Geschichte haben. Bei meiner Geschichte war es so, ich habe mir Anleihen aus der wahren Geschichte gezogen. Von geschichtlichen Geschichtsschreibern. Geschichtsschreiber sind immer geschichtlich, ne? Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wie könnte ich das, was ich da gelesen habe, auf meine Geschichte anwenden. Also es war sehr kreativ, es ist aus dem Unterbewussten heraus entstanden. Ich habe Bilder vor meinen Augen gesehen und habe diese dann in die Geschichte einfließen lassen. Und ja, ich bin generell ein Fan davon, nicht zu viel zu machen, nicht zu viel vorzubereiten, wenn es dann am Ende gar nicht seinen Weg reinfindet. Es gibt andere Leute, die bereiten sehr, sehr viel vor und kürzen das dann. Bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Ja, das sind eigentlich meine wichtigsten Tipps. Jetzt habe ich noch einen abschließenden Tipp. Wenn ihr euer Worldbuilding betreiben wollt, dann schaut euch nochmal die Heldenreise an, beziehungsweise mein Dramaturgie-Modell, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Das ist in dem kleinen i rechts oben, das könnt ihr euch nochmal reinziehen. Da erwähne ich die wichtigsten Punkte, die die Dramaturgie einer Geschichte ausmachen. Und ihr könnt euch für jeden dieser Punkte überlegen, was hat das mit meiner Film- oder mit meiner Serienwelt zu tun und das dann auf eure Geschichte anwenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, es funktioniert und ihr schreibt weiter und denkt einfach dran, ihr seid nicht alleine da draußen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!